Hallo und willkommen zurück zu RimWorld. In der letzten Folge haben wir die Mitteilung bekommen, dass ein Tradership mit uns nicht Kontakt aufnehmen will, aber dass es sich im Orbit befindet. Und dank unserer neuen Communications-Konsole hier können wir mit Mason hier einen Kontakt aufnehmen zu Winham Interstellar, Industrial Trader. Hallo und willkommen in den Weiten des Weltraums. Was haben die denn? Mit Leuten handeln die nicht, ähm, mit Waffen auch nicht, langweiler, dafür mit, äh, Essen. Ah, das muss man erst, das müsste man aber überhaupt erst wohin legen, wenn, das ist auch ein bisschen doof. Das müsste man erst, äh, wohin legen sozusagen, auf den Hopper, äh, nicht Hopper, wie heißt denn das Teil, Mann? Äh, Launchpad, wir haben es noch nicht mal fertig, oh Mann. Das heißt, wir können eh noch nicht handeln. Wir können aber mal gucken noch, äh, schnell, was die überhaupt haben, ob sich das überhaupt lohnt. Gut, sie haben Metall, was relativ günstig wäre, wir haben nur kein Geld, wir können ihnen Essen verkaufen, nur haben wir da selber noch nicht so viel. Sie würden auch, ähm, ach, Silber ist jetzt die neue Währung in Dollar oder was? Also Dollar ist Silber und Silber sind Dollars. Aha, dafür braucht man das Zeug also, na, dann würde ich aber sagen, sofort einsammeln hier. Einsammeln, einsammeln, ähm, auch einsammeln, alles einsammeln. Ähm, das ist also die Geschichte dahinter und hoffentlich bauen die das jetzt schnell fertig, das Launchpad. Ich hoffe mal, das Silber muss nicht aufs Launchpad drauf. Das wäre noch umständlicher. A local boomerat has gone mad. It will attack everyone it sees. Wo ist es denn? Hier ist die boomerat, attacking clerk. Wo ist das? Ach so, hm. Das ist ja mal lustig. Wie geht die denn jetzt voran? Die geht jetzt hier rum oder was? Der Clark, wo ist denn, wieso attackt die denn? Clark, wo ist der überhaupt? Das finde ich ein bisschen doof, dass man das nicht sieht oft. Wo, wo ist eine bestimmte Person? Oder kann ich, wenn ich hier draufklicke? Hä, wen attackt die? Ach, die Paul mag gleich clerk. Ach so, die Gefangene greift ja an, der boomerat. Ach so geht das aber auch, dass ich hier zu den Leuten komme. Ah, gut zu wissen, weil oft fragt man sich, wo sind die? Und dann, ähm, ja, weiß man es nicht. So, die steht jetzt hier rum, die boomerat und weiß nicht mehr weiter. Och, dann nehme ich halt den Mason, den Lehrer, oder den mag eh keiner. Das ist ein Lehrer, das ist... Boah, das ist so. Doofer Lehrer. So, ich hoffe mal, dass der Turm jetzt auf die boomerat schießt. Oder wenn nicht, warum tut er es nicht? Ach, weißt du, Ed, du übernimmst das jetzt. Ed, übernehmen sie. So, und feier Ed, boomerat. Bam, und voll daneben. Jetzt aber. Mann, ich dachte, du kannst gut schießen. Shooting 10. Du hast ein Schärfschützengewehr. Äh. Ach, da kann er noch nicht, na, da kann er nicht mal schießen, weil, äh. Oh, Mann, ist das beschissen. Ähm, die Madam hat immerhin eine Pistole, dann kann die ja von hinten die boomerat anschießen. Was mich aber echt ärgert, ist das, dass ich nicht dem Turm sagen kann, schieß auf die boomerat. Das ist, das ist scheiße. Ganz, ganz ehrlich. Die schießt er auch ständig nur daneben. So, dann schießt halt hier. Research finished blasting charges. Das hätte man jetzt gebraucht, äh, für, für die Boomrettein, was in die Luft jagen können. Die jagt sich übrigens dann selbst in die Luft. Gun turret cooling hört sich auch ganz cool an. Eigentlich nutrient resynthesis. Machen wir aber erst mal nutrient resynthesis, resynthesis, weil, ähm, oh, das ist, das wird ein Gemetzel hier. Und gleich geht's, fliegt's ja auch noch in die Luft. Bumm, ja genau. So, soldier needs break. Das ist der Ad, der, der verkraftet das einfach nicht, dass er hier mit einer Boomrette kämpfen muss. Ähm, das ist für den Soldaten keine, keine richtige Aufgabe. So, Feuer löschen vielleicht auch mal, hm? Ah ja, doch. Immerhin. Blut wegwischen, das macht dann, der Wirtels. Doch, ich wisch dann mal ja, die Gartortreiniger, ich muss ihn aufwischen. Ähm, das mit diesen Boomrettes ist immer so eine Geschichte. Raiders have landed nearby. They will prepare for a while, then attack. Prepare a defense or attack them preemptively. Okay, und hier ein schön. Launchpads come with the stockpile zones automatically designated on them. To see, to set what colonists will bring to the launch pit. Configure the stockpile and make a new one. Okay, na gut, gut. Okay, das ist quasi ein Stockpile in einem, aber das können wir jetzt gerade nicht wegklicken, weil die Raiders drüber sind. Und, äh, wo sind sie? Da hinten, fünf gleich, alle fünf unverletzt, soweit ich das sehe. Molotow Cocktails, Lee Enfield, Lee Enfield, Frag Grenades und Uzi. Da haben wir jetzt aber schon mit, äh, einigen, da werden wir jetzt schon heftiger, äh, damit zu tun haben. Und, äh, ich habe da so eine Idee, welche wäre, noch einen, äh, Turm zu bauen, einen Verteidigungsturm. Den würde ich ganz gerne, ähm, da reinbauen. Dann können die Leute nämlich immer hier hingehen, also wenn jetzt, äh, wenn jetzt, äh, dann Angriff erfolgt. Und, äh, die Raider kommen von hier oben und werden sozusagen von den Türmen abgefangen. Dann, machen wir das mal. Metall Hammer, glaube ich, genug. 160, ah, nee, Hammer nicht, reicht gerade nicht. Ich meine, wir können den trotzdem mal bauen. So. Und, äh, ja, ich bin, ich bin nicht so ein Fan davon, die Raider preemptively anzugreifen. Das ist irgendwie so eine, so eine Sache, die mir irgendwie nicht, nicht so geheuer ist. Ich frage mich da halt immer, ob das, äh, ob das dann nicht nach hinten losgehen könnte. Hm. Naja, Moment mal, ich mach mal kurz ein Päuschen. So, musst du nur kurz was einstellen hier, äh, so mikrofontechnisch und so. Ähm, ja. Jetzt bleibt eigentlich nur zu warten, weil ich, ich will das, ich will das nicht riskieren. Jetzt hier vor allem, nachdem der Ad ja auch ein bisschen verletzt ist, da jetzt, äh, gegen die Leute, die ja doch ziemlich stark bewaffnet sind, so anzugehen. Da warte ich lieber noch ein bisschen und hoffe, dass der Turm rechtzeitig fertig wird und dass wir auch genug Metall dann dafür haben. Ich meine, hier ist immerhin noch Metall freigeschaltet worden. Hier aufs Launchpad ist, ah, genau, hier ist, hier ist die Stockpile-Zone drauf. Okay, ihr dürft aber Waffen hier drauflegen, zumindest die, ähm, Pistolen, Korpses können wir sicher eh nicht handeln. Nutrient-Paste, Meal, Manufactured, Silber, Metal, Silber dürft ihr hier drauflegen, jawohl. Dann würde ich auch sagen, dass die hier kein Silber drauflegen sollen, sondern das Silber nur hier rein. Dann können wir das gleichzeitig als Handelsware verwenden. Ich denke mal, dass das so funktioniert. So, die schlafen jetzt alle und heilen, das lassen, das können wir ihnen auch mal, würde ich sagen, so. Oh, da greifen sie auch schon an. Au, Mist, das ging aber schneller, als ich dachte. So, ihr seid jetzt alle Soldaten und liebe Soldaten, kommt und, äh, positioniert euch hier. Nachdem das jetzt aber eh nicht fertig wird, können auch ein paar von euch vor allem die besseren schützen. Der errt zum Beispiel hier oben hin. Wer kann noch gut schießen? Kurz mal checken. Construction 10, äh, Shooting 6, Shooting 10, der errt, der hat Shooting 5 hier, Shooting 5 und der Mason hat Shooting 3. Ähm, der hat 5, der hat 10, der hat 6 und wird aber gleich auf 7 aufgegradet. Oder die ist ja eigentlich eine Frau, die Mason. Ja, dann geh du mal, dann geht ihr mal hier hin und die anderen halt hier unten hin. Jo, dann gucken wir mal. Bin ich mal gespannt, was uns hier jetzt erwartet. Blasting Charges wäre natürlich jetzt super gewesen, aber dafür hat es halt doch nicht gereicht. Unsere Türme werden hoffentlich hier volle Lotte drauf, lose ballern. Jawohl, es läuft auch schon. Der Lawman ist schon gestunnt. Ähm. Und auch schon tot. Ähm, ich weiß nie so ganz, äh, ob ich die jetzt ausschalten soll oder wann ich die ausschalten soll, die Türme. Weil irgendwie, hm. Die fallen dann meistens tot um. Die, die, die sind jetzt zum Beispiel sofort tot umgefallen. Man müsste sie aber eigentlich irgendwie auf, auf bewusstlos kriegen zuerst. Ich weiß, dass das mit Nahkampf gut funktioniert, aber bis da einer im Nahkampf nah genug dran ist. Ich mein, bis dahin ist, ist die ja tot. Melee 10, Melee 7, Melee 7, Melee 3. Ich mein, wir können mal den Yoshi da ran, ähm, schicken. Und vielleicht, dass man sie jetzt schon deaktivieren, die beiden Türme. Toggle Power. So. Und jetzt hoffen, dass, dass das klappt irgendwie. So, Rescrew a wounded colonist. Select a healthy and glatt click. Wer sind jetzt? Ach, der Vietles. Ja, dann lassen wir hier den Mason mal. Rescrew Vietles Technician. Ja, dann kannst du mal abführen. Und, äh, der Yoshi kriegt's hier volle ab. So, mach mal Melee-Attacke. Und, und. Oh. Oh. Ähm. Okay. Kommando zurück. Wir machen die Türme doch wieder an, weil, äh, ja, irgendwie, dass das, äh, da hätt ich auch gerne von euch, falls ihr da Erfahrungen habt, ein paar, äh, gute Tipps. Wie krieg ich das hin, dass ich die bewusstlos kriege und gefangen nehmen kann? Weil irgendwie ist mir das bisher noch nicht so richtig, äh, gelungen. Ah, jetzt ballern sie wieder. Blub, blub. Raiders are fleeing. Und die, die werden wir jetzt nicht mehr einholen. Das ist halt, gut, ein verwöhntes Kind wollen wir jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Auch wenn es eine gute Nahkämpferin ist. Äh, und der Yoshi, der muss gerettet werden. Natürlich werden wir dem sofort nachkommen. Rescue Yoshi Settler und, äh, ja, die anderen können wir eigentlich nur noch begraben. Ist schade drum, aber was soll man machen? Wir brauchen auch neue Gräber, sehe ich gerade. Ähm, wo ist, wo ist das schon wieder? Unter Buildings. Ja, weil Gräber ja immer so tolle Gebäude sind. Genau. So, dann machen wir hier unser Gräberfeld gleich mal ein bisschen weiter. Ähm, eine Cargo Unit ist, äh, in unser Dings hineingedienst. Hier oben. Wow, das ist ja ganz schön eine Menge. Haa, Essen, lecker. Ist nur drei Jahre im Orbit rumgekreist. So, und die können wir auch wieder auf Normalmodus setzen. Oh, Mann, das ist ja auch schon ganz schön. Colin ist nie das Rescue, aber das ist ja schon vorbei. Gut, die Waffen können wir jetzt freischalten. Das machen wir auf jeden Fall. Dass die mal die Waffen mitnehmen hier. Die Uzi vor allem wird uns sehr hilfreich sein. Die Molotov-Cocktails, da hat er auch gar nicht wirklich, ist er nicht dazu gekommen, mit denen was zu machen. Glücklicherweise, denn ich sehe gerade, dass unser Turm hier doch schon einiges abgekriegt hat. Hm. So, na gut. Hm, Moment mal, ich muss nochmal kurz eine Pause machen. Das Mikro hier ist irgendwie immer im Weg. Hm. So, ich schneide das jetzt nicht raus, die paar Sekunden. Normalerweise schneide ich sowas raus, wenn es länger ist, wenn ich länger irgendeine Pause machen muss, aus irgendeinem Grund. Aber so, jetzt eigentlich nicht unbedingt. Jo, in der Zwischenzeit könnt ihr ja mal einen Kommentar schreiben oder so. Jo, die schalten wir auch alle frei, damit die endlich unter der Erde kommen. Ja, wie mache ich das, dass ich die bewusstlos kriege? Weil irgendwie, ähm, ich komme ja nicht nah genug ran, um einen Melee-Angriff zu machen. Beziehungsweise, es ist zu gefährlich. Der letzte Raider läuft ja dann meistens weg, den kriege ich dann sowieso nicht mehr. Weil der ist ja jetzt genauso schnell wie meine Leute. Das, äh, ich meine, wie soll ich den einholen? Und die Türme abschalten ist schön und gut, aber in dem Fall hat es jetzt gar nichts gebracht. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass in der letzten Version, in der 2.2.4 oder was das war, dass es da leichter war. Dass die irgendwie alle bewusstlos wurden. Da hat man die Türme schon abgeschaltet, da hat sie alle weggekarrt. Mag ja sein, dass die das einfach, ähm, geändert haben, weil es zu leicht war, auf die Weise zu schnell neue Leute zu kriegen. Und realistischerweise würde man ja die Raider auch nicht unbedingt zu leicht gefangen nehmen. Die würden das ja nicht unbedingt zu leicht zulassen, denke ich mal. Aber vielleicht, äh, irre ich mich da. So, die werden hier alle geheilt. Was machen die eigentlich? Ach, die sind immer noch auf Militärmodus. Ich habe das doch eigentlich abgeschaltet bei allen. Oder? Ja, jetzt mal was essen. Lecker essen. Hier ist auch wieder alles kaputt und keiner repariert was. Oh, Mann. Mal dasselbe. Na gut, ich mache jetzt mal ein bisschen den Turbomodus hier wieder. Low Metal ist hier leider. Ich hätte lieber Heavy Metal. Wenn schon Metal. Äh, und, ja, und das mit dem Launchpad. Okay, Failed to Recruit Parma, können auch nichts machen. Der dritte Turm wird... Ach, jetzt geht er wieder schlafen, oder was? Oh, ich mache jetzt noch mal drei Schräubchen, dann gehe ich ins Bett. Die letzte Schraube ziehe ich aber nicht mehr an. Madame Drone ist fully healed. Okay, das geht immerhin relativ schnell, so wie es aussieht. Der Wheatless ist auch schon wieder einigermaßen auf den Beinen. Yoshi, ja. Aber es war schon knapp teilweise, also... War natürlich auch die Boomret schuld am Anfang. Was mich ja auch so ein bisschen ärgert, ist, dass man diese Boomret nicht einfach, ähm... Mit einem Geschutzturm kaputt machen kann. Das finde ich ein bisschen doof, wenn ich ehrlich bin. So. Mal so rüber und so und so. Das sollte dann eigentlich passen. Ähm... Dass der auch mit Strom versorgt wird. Trading Ship. Wineham Interstellar has left Communications Ranch. Und der Mason hat hier auf seinem Lehrertisch die Nutrient Resynthesis fertig erforscht. Nutrient Paste Dispensers consume 10% less food per meal produced. Also 10% weniger Essen wird gebraucht pro Nahrungsmittel auf die Dauer summiert sich das natürlich. Man sagt ja so schön, Kleinvieh machen auch Mist. Ähm... Und kleines Essen, kleine Häppchen machen auch satt. Gun Turret Cooling. Gun Turrets fire four shots in a burst instead of three. Das machen wir jetzt mal. Und dann als nächstes dann noch Carpet Making. Kann man es eigentlich gleichzeitig machen? Nee. Man kann nicht vorgeben, was man wann macht. So. Was fehlt uns jetzt noch? Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Hydroponics. Da habe ich mir ja gedacht, dass wir das vielleicht hier dann einbauen. Dass wir hier ein Hydroponics-Dings machen. Machen wir. Wheatles Technician ist no longer incapacitated. Sehr schön. Die anderen heilen hier noch ein bisschen. Und das räumt keiner weg. Das würde mich auch interessieren. Kriege ich das Zeug irgendwie weggeräumt? Vielleicht zu? Nee. Das geht auch nicht. Weil ich habe ja eigentlich eingestellt hier Cleaning 1. Beim Wheatles. Er macht es nur nicht. Und das würde ich jetzt schon als Cleaning zählen. Von mir aus auch Hauling. Aber auch das macht er nicht. Das finde ich ehrlich gesagt beschissen. Vielleicht kann mir jemand sagen, was ich da tun muss, damit das endlich wegkommt. Hier dieses hässliche Zeug. Ja, hier würde ich jetzt meinen Hydroponics-Raum einplanen. Es sei denn, ihr habt einen besseren Vorschlag. Und noch was. Auch ein Vorschlag von euch, den ich noch nicht umgesetzt habe. Hier irgendwo noch einen weiteren Verteidigungsturm. Vielleicht sogar zwei zu bauen. Hier und hier. Als zweite Verteidigungslinie. Dann können wir, wenn hier die Leute geschwächt sind, würde ich fast vorschlagen, dass man sich dann zurückzieht nach hinten. Dann greifen die Raider weiter die Türme an. Falls sie es schaffen, diese Türme hier außen kaputt zu machen, müssen sie erstmal durch die zweite Verteidigungslinie. Dann sind sie selber schon stark geschwächt, während unsere Leute sich hier verletzt ausruhen können. Weitere Vorschläge nehme ich sehr, sehr gerne entgegen. Übrigens ist das jetzt die dritte Folge, aber auch die letzte in dieser Aufnahme. Falls sich jemand wundert, hey, ich habe doch schon vor zwei Folgen gepostet. Panda, was du machen sollst? Du hast es nicht gemacht. Ja, weil ich die Kommentare natürlich nicht lesen konnte. Ich kann das immer erst, wenn ich dann das nächste Mal wieder aufnehme. Diesmal ist es aber soweit. Für die nächste Folge kann ich alles lesen, was ihr zu den letzten drei Folgen dazu gepostet habt. Also postet mal schön. Ich freue mich immer über Kommentare und über Tipps. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sage auf Wiedersehen. Servus und Tschüss. Servus und Tschüss.